Das ist gelb, rot, grün und die Wachs wächst auf der Feld, sowas wie Maiskolten kochen. Man kann daraus auch was ganz Leckeres machen, aus Würsten oder sowas noch zum Beispiel. Mir schmeckt am besten rot und gelb und mir am besten alle vor und mir schmeckt am besten noch rot. Die Paprika Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.